Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Fronau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Es bleiben im Raum Keitel, Jodl, Krebs und Burgdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner ist ein Befehl! Wer schickt sie? Das hier fahre, die beiden Befehl sind in der Seite. Und das ist ein Angriff der Frau. Dann bin ich derart mit Belogen. Jeder hat mich Belogen, sondern ihr ist es. Die gesamte Generalität ist nicht zweiter als ein Haufen, nie das verrestige Treue unserer Feiglinge. Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbringen... Ich setze Feiglinge, verreicht ein Verzahler! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist der Geschmacks des deutschen Volkes! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generare, weil Sie Jahre auf Militärakademie in Zugerbrach haben, nur um zu lernen, wie man Messer Glaube hält! Was war die Mitarbeiter gewusst? Was war die Werbe? Was war die Werbe? Was war die Werbe? Was war die Haus? Was war die Gerbe? Was war die promise? Schleuk, hast du nicht? ganzer Rapper erobert. Verräter! Von allem Anfang an bin ich zu verraten und betrogen worden. Es wurde ein ungeheurer Verrat gehört dem deutschen Volk. Aber alle diese Verräter werden bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen. Sie werden in ihrem eigenen Blut verraten. Jetzt beruhig dich doch. Alle Befehle sind in den Wind gesprachen. Es ist unmöglich unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus. Die Verräter! Die Verräter! Die Verräter! Die Verräter! Vielen Dank.